Zeichen Ja, das ist das Zeichen jetzt hier, der Schnitt geht weiter Alles klar Ich transportier doch mal wieder ein paar Sachen, ne? Ach so Playlist gewechselt, finstere Musik weg und jetzt geht's fröhlich weiter, oder? Ja, halbwegs, ne fröhlich Die Playlist ist ja noch gemischt Ja, was erwartet dich nur? Boah, weißt du, darfst du keinen, darfst du nicht einmal kurz, ganz schnell ausloggen, wegen wechseln, alle, der jetzt leckt der Scheiße wieder Dööö, Rangiquid Egal, so dann gleich noch ein bisschen mit den Sounds herumexperimentieren Weil die düstere Musik ist ein bisschen leiser als die andere Voll unnötig Egal, dann leck ich mal nach oben Leck dich nach oben, ja, komm los Ja, ey, das geht Aha, aha, ja, jetzt kommt alles hinterher Ja, ist gut Ist gut, ist gut, ist gut Okay, das war's damit Eisen kann ich mitnehmen Ja, ich hab keinen Platz mehr Mach mal leisen, ich putze das Kontur nicht mal an die Tour Ich bleib mal noch was hier unten und so Okay, ja, du bist grad ein bisschen leise Warum bin ich leise, ja, kannst du mir das mal erklären Obwohl, die Aufnahme ist eh wieder lauter Ich verstehe dich ja noch halbwegs Ich pack dir Fackeln rein ein bisschen Ja, warte, jetzt war ich erstmal ein bisschen Holz Das Holz Das Holz So, dann Holz, Spitzacke Was geht mit dir? Äh Ja, du kriegst Holz, Spitzacke Gerade entschieden Nur Bestes Nur das Bestes Nur das Bestes Gut, gut genug von Kenny Ja, natürlich So, dann bist du noch zwei Spitzacke Dann kann ich auch wieder was mitnehmen Und zwar nehme ich dann Gold mit Bisschen Kohle mitnehmen Du bist cool, dass ich den hier Ist es dunkel? Es fällt Hey Beeil dich Schnapper, Junge Das ist ein Schnapper Und dann sind sie im S Ach, das ist ein Schnapper Ich bin oben Es ist hell Das Schnapper läuft rumwärts Hey Okay, es wird noch hell Oh, Hauptsache die Hühner sind groß Und die legen Eier wie Was weiß ich was Erstmal vor den Bären Das goldene Ei Ja, sicher Aha Ich finde das auch ein bisschen Na ja Hier ist halt irgendwie so Wundersame Miene Weißt du, was ich meine? Ja, ja Warum wir hier so viel finden, Alter Guckst du bei anderen Welten Gar nichts Aber das hier ist einfach Das ist hier Wunder Ja, eine wundersame Miene Haben wir gut Äh Random Map genommen, ne? Was? Haben wir gut zufällig gefunden, ne? Ja So, einfach hier in die Truhe reinschmeißen Ist mir jetzt egal Aufs Ordnung, ey Den kann man ja vergessen Ich brauch Fleisch 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 Wo sind meine Seeds? Ach ja, die Seeds Sie sind ja hier so Aha, aha Erstmal die Hühnerei einsam Was? Die sind jetzt wegge... Was ist los? Ah ne, das hat nur geleckt Ihr macht dein Baby Ihr macht dein Baby Ich will Chicken sehen So, die Kakaoboni sind alle fertig Alter, bist du extrem leicht Los, pflanzt sie neu Pflanzt neu jetzt Somervat Äh Was soll ich sagen? Ja, irgendwie so Ich hab dich jetzt mit dem Prozenten noch ein bisschen höher gepackt Weil du zu leiche bist Das ist dann ein Problem Ja Ich rede wie ich will Sonst müssen wir deine Tonspur irgendwann mal aufnehmen Nochmal extra Am Anus Am Anus Am Anus Und du suchst dafür die Programme raus Ich hab schon Nur für Audio Spur aufnehmen Was soll ich neben dem Eeeh 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 Boah ich hab zwei Stacks Kakaobohnen gehabt Eeeh Eeeh Boah jetzt können wir richtig einen auf Kakaobauer machen Jo Hallo sammle die Kakaobohnen ein Es fehlen uns nur noch Äh genügend Weizen und dann gibt's Kekse Eeeh Los den Gang Ich habe das Gefühl dass es gleich dunkel wird Was hättest du eigentlich von SimCity? Ja kaufen ne Auf jeden Fall Ich finde naja Dinosaurier Ja 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 Der will eh nur dein Müll fressen Ja Der macht dir die ganzen Straßen am Sack Hm die Gebäude Ja Ja super Ja aber du holst ja trotzdem ne Ja klar Haha Ja mach dir alle deinem Sack holst ja trotzdem Ja aber ich glaub ich hol mir erstmal neue Bioshock Weil das ist echt der Pzhammer Junge Boah Das ist einfach Tchuu Tchuuu 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 Ja Ja Tchuuu Tchuuu Hätt ich auch ein K-Bekomm umsonst Ne ich hätte mir das kaufen müssen Am Anus Ja und außer wenn das Spiel ist kack hier Ach Tchuuu 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 ist aber Mündü die Charaktere sind Müll, die Skills sind Müll aber ich stehe nicht später wo war die Joggle-Franze? die war in World of Energy-Bird also alle World of ausländisch zocken oh, Junge Kenny, bei uns läuft, ich hab Kekse du hast Kekse, Junge, jetzt sind wir Bonze Bonze äh, 24 Kekse, läuft ja, Mann das ist das Leben, was wir suchen was wir gesucht haben weißt du, was das Schöne ist? was denn? es ist dunkel ich bin ja nach unten, also interessiert mich schon nicht tja, leider, ne ja, leider für dich oh, Alter, ich verballer gleich einfach unseren Bogen, ey machen wir uns Eisenrüstung? würde ich mal sagen, als erstes ähm, wir haben aber hab ich die Eisen, ne, Eisen hab ich alles mitgenommen glaub ich wie viel Eisen hast du noch? keine Ahnung hab nichts mehr bekommen seitdem ich glaub da lagen noch 22 drin